So, Leute, ich hab was anzukündigen. Haha. Äh, wer bist du? Ein Geist? Vielleicht. Na gut. Ebenfalls warte ich was ankündigen. Nämlich ein Together. Ebenfalls warte ich sagen. Naja, ich mach ein Together. Mit mir. Sonst noch was? Pika? Gut. Also, wir machen ein Together von... Pokémon Kristall. Ähm. Du regst dich nicht auf? Nein. Gut, dann kann ich ja weitermachen. Nix da. Das war meine Idee. Deine? Du hast die doch geklaut. Nein? Ich ließ mich halt nur von Sui, Jessie und Trauku inspirieren. Mehr nicht. Na gut. Also, wir spielen eigentlich mit denselben Regeln wie die drei Jungs. Yep. Bei uns darf jeder drei eigene Pokémon ein Team haben. Man darf den Pokémon des Mitspielers Items und Spitznamen geben, sowie TMs und Farms erlernen lassen. Ein Part muss die Länge von 14 bis 15, 30 Minuten besitzen. Man darf Offscreen trainieren und ein wildes Pokémon suchen, muss jedoch den Kampf gegen das wilde Pokémon, welches man fangen will, zeigen. Weiterhin ist es verboten, die Speed-Taste während der Aufnahme zu benutzen. Das Let's Play endet nach dem Besiegen von Trainer Roth. Alle Reden könnt ihr auch in der Videobeschreibung lesen. Man darf zum Lively schreiben.